Hallöchen, da bin ich schon wieder und ich habe jetzt rausgefunden, wie man schießen kann. Zwar muss man auf Q drücken. Q? Und dann, glaube ich... Nee? Nee? Moment. Ja, große Töne spucken, aber schießen. Ja, und dann... Und dann... Wieso kann ich denn nicht schießen? Was soll das denn jetzt? Oder muss ich da... länger draufbleiben? Nee, auch nicht. Nein, zumindest weiß ich jetzt, wie man hier den Butters anpupst kann. Ja, komm her. Ja, aber eigentlich wollte ich doch schießen. Q schießen. Leer-Taste? Auch nicht. Hm, wie geht denn das? Jetzt habe ich gedacht, ich habe es rausgefunden. Und ich habe gelogen. Oh nein. Hallo, ich will doch nur schießen. Schwert noch wahnsinnig. Muss ich vielleicht... Moment. Muss ich vielleicht... Was? Nö. Hm. Ihr seht mich wieder verwundert. Anlegen. Aber ist doch angelegt eigentlich. Oh, ist so schade. So schade. Kuh, und dann? Hm, keine Ahnung. Wie kann ich schießen, verdammt? Auch das ist doch jetzt scheiße. Mann, 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 Mann! Jetzt dachte ich, ich wüsste, wie es geht. Ich starte die Aufnahme und habe es gleich mal verkackt. Naja, müssen wir später noch mal vorbeikommen. Ne, Schneemann, du alte Pfeife. Können wir da hoch? War man da schon? Ist das mein Zuhause? War das mein Zuhause? Ich glaube, das war schon mein Zuhause. Schießen? Hm. Das mit Kuh habe ich jetzt ja schon verstanden. Und diese Tasche da hinten, wie komme ich denn da dran? Und wie komme ich hier weiter? Um Hindernisse zu zerstören, schaue in Richtung des Objekts und klicke mit der linken Maustaste. Bam! So, geht doch. Ah, Timbe! Huch! Timbe! Timbe! Ich liebe Timbe! Mein absoluter Lieblingscharakter aus South Park. Ja, okay. Der kann uns jetzt von da nach... Huch! Was habe ich jetzt getan? Halt, Timbe! Timbe! Ach, wie schön. Bushaltestelle. Wer bist du da unten? Schnellreiseflagge 2. Und noch ein Schneemann. Huch! Oh nein! Oh nein! Diese Lande halten viele Gefahr, neuer Kind. Ja, du musst in den falschen Raum. Guckes Haar, Douchbag. Arsch! Oh nein! Okay, was kann denn der Paladin? Eine heilende Berührung! Ja, berühre mich. Ich habe deine Beine, Jo. Ach, du Scheiße. Wo hat denn der mich berührt? Ich hätte besser warten, bevor ich noch mehr Healung mache. Ist dein Begleiter dran, so kann er einen Gegenstand oder seine Schnellaktion verwenden und dann angreifen. Wenn er angreift, endet die Runde für ihn. Verwende also zuerst einen Gegenstand oder seine Schnellaktion. Oh, jetzt wird das... Jetzt hängt es hier aber. Oh mein Gott. Hallo? Hallo Spiel? Hast du mich noch lieb? Was ist denn jetzt los? Warum, warum habe ich denn so Legs hier jetzt gerade? Ja, ich, ich warte bitte. Das Spiel hier wieder flüssig läuft. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn Butters Hammer blinkt. Na, wenn Butters Hammer blinkt, dann drücken wir die rechte Maustaste. Bling! Batsch! Oh nein. Feindliche Angriffe, Gegenstände und deine eigenen Fähigkeiten können Statuseffekte bei dir oder deinen Feinden bewirken. Nutze den Bildschirm Untersuchen, um mehr über die Statuseffekte zu erfahren, die bei dir wirken. Okay. Untersuchen! Bluten fünf! Hm. Mehr! Es sieht schlecht aus. Hier, holt ein paar dieser Magik-Pirr-Potien. Heiltrank! 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 Debuffs entfernt! Schockendolch! Schockendolch! Oh nein. Ach, ich steuer beide, oder was? So, Butters, dann trink erst mal wat. Man, ich könnte jetzt TV sehen. Und, dann gib's ihm mit dem Hammer. Ich würde aber lieber den hier. Come on! Bing! Nein, er blutet immer noch. Butters! Du darfst nicht sterben! Ha! Probier mal das mal aus mit dem Klumpen Scheiße! Aufi, mit Gebrüll! Buh! So, und ich mach jetzt hier mal... Den mit der jetzt nach Kacka stinkt, den will ich nicht angreifen. Fähigkeiten. Meuchel! Meuchli! Ah, Motherfucker! Motherfucker! Hey, I'm working! That was close! Ah! Oh nein! Ähm, wir heilen uns erst mal eine Runde. Alle beide? Na, ich hab's nötiger. Danke. So, und dann hauen wir ihn mit dem Hammer. Stirb, du kleines Stück Scheiße! Und von mir kriegst du auch noch gleich einen auf die Mütze. Batsch! Batsch! Oh nein! Ähm, naja. Ein Gesundheitstrank. Butters, du darfst nicht sterben! Batsch! Batsch! Bling! Batsch! Heiliger Bonusschaden! Juhu, ein Sieg! Neue Nachricht von Cartman. Huch! Ach! Ach, ich will die doch eigentlich plündern. Geh doch Geld! Ja, alles nehmen! Geld, alter Baseballhandschuh. Und er hat Geld, ein Wiederbelebungstrank und ein Spielzeugtruck. Und dieser junge Mann da hinten, der bietet uns Geld, einen Stärketrank und einen zersplitterten Pfeil. Nehmen wir alles mit und dann gucken wir mal, was der Onkel Cartman uns zu sagen hat. Kleid ist aus Zeit und Raum verbannt, Leute. Niemand sitzt beim Essen bei ihm. Mir egal, was für Fruchtsnacks er verteilt. Wenn du das sagst, Chef. Laufen wir mal weiter. South Park, ja South Park. Der Bus sieht verdächtig aus. Holde Maid, ich grüße sie. Ach, so eine bist du. Wir können erst Freunde sein, wenn du mehr Freunde hast. So, Vögelchen. Komm mal runter da. Ein Schneehaufen. Sehr verdächtig. Geht's hier weiter? Aha. So, Mülltonne, stirb. Ach, ne Papprolle. Garagentor. Jimmy. Jimmy. Briefkasten. Ach, da haut man dagegen, dann gehen die auf. Können wir hier rein? Hm. Klopf, klopf. Hm. Blöde Familie. Ein Loch im Zaun. Etwas Holz. So. Noch ne Mülltonne. Ein Garagentor. Ach, das ist offen. Was ist das? Ach, das ist jetzt im Weg. Und damit ich... Ah, okay. Heiltrank, Wasserballon, Mönchstonsur und verrücktes Actionrad. Nehmen wir natürlich mit. Nimm das. Oh, wer bist du denn? Hallo. Hallo. Hier, das wird einfach viel schneller gehen, wenn ich dich freundin bin. Okay. Neue Nachricht. Ein neuer Freund. Kelly Gardner. Da, das ist deutlich einfacher als reden. Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. Na, wenn du das Gefühl hast. Dann sei glücklich und ich hau euch die Töppe kaputt im Vorgarten. Ach du Scheiße. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Ich weiß nicht, wie man schießt. Haha, das ist lustig. Ich weiß nicht, wie man schießt. Bis zur nächsten Folge weiß ich das. Hochunheilig versprochen. Ist da auch eine Toilette? Ach, da kann ich nachladen. Wunderbar. Wunderbar. Na. Das ist doch toll. So wieder. Immer wieder kann man da nachfüllen. Och, da würde ich jetzt aber gerne... Oh, Entschuldigung. Gerne schießen. Na, du kleiner Verlierer. Oh. Oh nein, er weint. Ja, dann renn doch weg. Äh. Egal. Deine Eltern sind wohl nicht zu Hause. Spannend. Schießen. Mülltonne leer. Garagentor. Garagentor. Auf. Aber. Nutzlos. Na toll. Ah. Ah. Zerfetztes Plastik. Ein Elf. Wir müssen ihn töten. Er hat Freunde dabei. Wir sagen seinen Eltern. Schauen. Schauen Sie sich an Craig? Er kann nicht spielen. Er ist in Tension. Es ist etwas über die Prinzipien. Wir sollten uns erst zu den anderen Leuten kommen. Okay. Auf in den Kampf. Schau, Arschloch. Es ist ein guter Tag, zu sterben. Äh, für dich, das ist. Yes. Und wir meucheln zuerst mal den Heiler. Das war... Daran kann ich mich noch erinnern. Immer auf den Heiler zuerst. Die bösen Heiler. Heilende Berührung. Was kann er denn noch? Was kann der denn eigentlich? Hammer der Gerechtigkeit. Butters schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Sehr gut gegen Rüstung. Hm. Würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Genau auf dem. Das war nicht so sonderlich doll. Oh nein. Butters stirbt. Ach, diese dummen Heiler. Moment. Der kann sich doch... Ach so, das bin jetzt wieder ich. Hm. Ja, dann brauchen wir schon den Gesundheitsdrang für meinen Freund hier. Los geht's, Arschloch. So, und ich kümmere mich wieder um diesen kleinen Stricher hierhin. Blink. Au. Und, äh, Butters sollte sich selbst eine heilende Berührung zufügen. Das geht aber nicht. Warum heilt er mich jetzt? Mit seinem Finger in meiner Kniffte. Butters Hammer. So. Ah. Oh nein. Oh, verdammt. Das ist hart. Das ist echt hart. Ein Trank für Butters. Du wirst nicht auf mich warten, sind Sie? Die Buffs entfernt. So. Und ich will jetzt endlich diesen kleinen, blöden Heiler da hinten um die Ecke bringen. Mann, ich kann mich jetzt auf TV sehen. Aber ich habe keine Mp mehr. Ja, dann muss ich wohl... ...mit dem Luschenbogen auf ihn schießen. Ach, warum stirbt der denn nicht? So, heilende Berührung. Kleine Schwuchtel. So. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, jetzt kriegt er nochmal... Hier, Butters Hammer. Batsch. Oh, verdammt. Nein. Ich bin zu jung zum Sterben. Ach, habe ich keinen Heiltrank mehr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Hier, nimm das. Und, äh... Nimm du das. Ah. Und eine heilende Berührung. Mal wieder. There you go, Al. Und, Butters Hammer. Einmal auf die Schnauze. Ah, das ist ein zäher Hund. Ein zäher Hund. Ja, jetzt kriegst du den mit dem Schurkendolch nochmal einen auf die Nase. Hm, reicht immer noch nicht. Ach so, ich sollte auch mal... Ach so, ich habe ja eh nichts mehr zum Heilen. Verdammt. Ja, dann gibt es gleich einen mit dem Hammer auf die Mütze. Ich weiß, dass das nicht alles erinnert wird, aber ich kann es nicht mehr helfen. Aber es wird schon schwieriger. Ich bin durchaus besorgt. So, wir nehmen alles mit. Alles nehmen wir. Alles, alles, alles. Hm. Ja, an der Stelle beende ich die Aufnahme. Und es geht morgen wieder weiter mit South Park und dem Stab der Wahrheit. Bis dahin. Euer Konrad. Tschüss, Sikowski.